So, ja, guten Morgen Rolf. Guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, danke, gut. Schön, was machst du hier? Ja, ich wollte ein Schmitti und dann im Sprung machen. Mit mir, mit dem Stefan. Ja, cool. Dann machen wir das doch. Alles klar. Auf 4000 Meter. Ja. Und dann werden wir nicht passen. Okay, okay. Bis gleich. Bis gleich. So. Wollt ihr noch was sagen? Alles gut. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Dich auch. Tschüss, Kind. Viel Spaß. Nee, das Kind ist beschäftigt. Tschüss, Kind. So, springen, springen. Ja, es klingt. Ja, schön. Ja, schön. Jetzt wäre es alles in Ordnung. Ja, ich glaube, ein Meter aufgesagt. Ja, bis bis ganz in hier. Ja, ja. Bis 4000. Ja, ja, gut. Ja, wir gehen von oben. Christoph. Ja, ich gehe mal. Ja, ja. Mö mal. Boi. Mal halten Zeit. Ja. 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 All diese Mützen aufsetzen? Okay. Ja. Beinem. Oh ja, von der Bahn runter. Auf den Glastbänden. 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 Auf den Glastbänden.